Die Welt ist riesengroß, viel zu groß, als dass es immer so weitergeht wie bisher. Ich glaube, eine neue Zeit kündigt sich an. Auf immer und ewig. Meine Damen und Herren, das Reich hat heute Russland den Krieg erklärt. In drei, vier Wochen ist alles vorbei. Feuer, Feuer! German Cruiser Emden shifts area Indian Ocean. Hands up, come out! In Australia, vier Schornstein. Wir haben einen Eid geschworen. Dort drüben liegt ein alter Schoner. Mit dem werden wir uns bis nach Tinkau durchschlagen. Ich habe soeben erfahren, dass die Engländer hier in Colombo deutsche Gefangene festhalten. Könnten die Männer der Emden sein? Karl, Leutnant, Over... Attention! Hey! Hey! Stopp! Wir laufen das neutrale Sumatra an. Tinkau ist gefahren. Der Hafen ist in die japanische Hand. Das darf keiner meiner Männer erfahren. Gern mal. Sie wollen unsere Fuß durch die Öste. Ah, er lebt! Sie wollen unsere Fuß durch die Öste. Das darf nur n fouriver Wanderer aus. Da sind nicht nur die Uber !